Hallo zusammen, schön, dass es dann doch so viele bei den doch sehr langen Schlangen in der Kantine geschafft haben, jetzt hier zum Vortrag zu kommen. In diesem Blog, der ist so ein bisschen zweigeteilt, zum einen gibt es jetzt zwei Vorträge, die sich doch eher mit öffentlichen Daten im universitären Kontext beschäftigen und danach gibt es noch eine Session Lightning Talks. Und wir starten jetzt mit dem Matthias Hinz von der Uni Rostock, der uns ein bisschen was zu offenen Geocaching-Daten setzen in seinem Universitätsprogramm und auch mit Vorlesungsinhalten, die er darauf aufbaut, erzählen wird. Viel Spaß dabei. Ja, guten Tag. Ich möchte heute etwas erzählen über, wie gesagt, die Analyse von einer Geocaching-Datenbank und zwar handelt es sich um die Datenbank der Webplattform opencaching.de. Das ist Europas zweitgrößte Geocaching-Plattform und diese Arbeit wurde angefertigt im Rahmen des Projektes Open GeoEDO als Nähreneinheit für fortgeschrittene GIS-User. Zum Kontext, das Projekt Open GeoEDO wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert im Rahmen des M-Funds und und zwar so die letzten drei Jahre und wird am Ende der Förderdauer an der Universität Rostock fortgesetzt. Kernprodukt des Projektes ist diese Lernplattform, die die Uni Rostock zusammen mit drei anderen Projektpartnern aufgebaut hat. Wir vermitteln Expertise und Best-Practice-Beispiele im Umgang mit offenen Geodaten sowie Vorlesungen, also offene Vorlesungsinhalte und auch Übungsinhalte. Sie sehen hier die Übersichtsseite zu unseren Grundlagenvorlesungen, zum Beispiel eben Kapitel OpenX, Open Data und GIS und hier einige von unseren Fallbeispielen, sowas wie Elektromobilität oder Fernerkundungsdaten. Darüber sprechen wir auch. Auf ineas.opengeoEDO.de finden Sie da die dazugehörigen Wissenstests und Übungen, die es egal wer, also Studierende, aber auch interessierte Laien bearbeiten können und dafür sogar Credit Points von der Uni Rostock erhalten können. Und eingebettet darin im Rahmen der Lernanheit Open Data haben wir also die Open Caching Datenanalyse. Wie ich erwähnt habe, es soll hier um die Analyse der zweitgrößten Geocaching-Plattform gehen. Warum haben wir nicht die größte genommen? Und zwar, weil Open Caching sind, kann man den ganzen Datenbestand abgreifen und man hat dort auch eine offene API, mit der man arbeiten kann. Das ist bei den Konkurrenzplattformen nicht so sehr der Fall. Man muss sich zwar registrieren für die API, aber man kann wirklich eines finden. Die Daten sind unter einer CC bei ND und NC lizenziert, also relativ respektiv. Allerdings habe ich auch direkt beim Open Caching Team angefragt, wie das ist mit unseren Vorhaben und die haben das sehr begrüßt. Das Einzige, was wirklich sensibel sind, sind praktisch nutzergenerierte, also Texte oder Bilder, die von Nutzern selbst angefertigt wurden, statistische Analysen zu diesem Zweck, sind kein Problem. Es gibt circa Daten über 77.600 Geocaches. Das Ganze ist moderiert. Wenn man das nochmal unterbricht, kommt man auf 26.000 aktive Caches und davon sind nochmal 16.800 Caches Teil der Analyse, weil wir gerne Caches haben wollten, die wirklich physisch existieren und weil wir das Ganze auf das Dachniegebiet konzentriert haben. Ja, konzeptionell, hier sehen Sie, welche Daten wir ausgewertet haben. Sie sehen praktisch, wir haben Geocaches, den Standort für Geocaches mit verschiedenen Attributen, sowas wie oft wurde ein Cache besucht und gefunden oder besucht und nicht gefunden. Wie schwierig ist ein Cache und wie schwierig ist das Genenne. Und das Ganze haben wir kontextualisiert mit verschiedenen anderen Datensätzen, zum Beispiel Nutzungsdaten oder Daten aus der europäischen Statistik. Speziell haben wir NADS-Region, also statistische Regionen der europäischen Statistik benutzt und damit Bevölkerungsdaten und Tourismus, also Statistiken, speziell jetzt Übernachtung verknüpft. Außerdem gibt es bei der Geocaching-Datenbank auch Informationen über die Lage in Naturschutzgebieten. Hier sehen Sie das nochmal ganz im Detail mit welchen Datentypen wir haben. Praktisch ist, dass die Geocaches wie gesagt per API abgegriffen werden können. Die NADS-Regionen können auch per API abgegriffen werden. Während die anderen Datensätze muss man so manuell leider downloaden im Augenblick. Und wir haben praktisch verschiedene Datentypen drin. Wir haben also Punktdaten, wir haben Polygon-Daten, wir haben Raster-Daten und normale Tabellen, sodass man also als Lernender relativ verschiedene Datensätze dann zur Hand hat. Das ist die Software, die wir benutzen, also auch wieder relativ breites Spektrum an Tools. Im Kern bereiten wir die Daten mit Kugels auf, wobei das Ganze dann auch automatisiert stattfindet über den Kugels Workflow Model Builder. Wir haben auch einige Python-Skripte dazu geschrieben für Prozesse, die so noch nicht existieren. Und im Kern werden also zunächst werden die Daten aufbereitet und in eine Postgres-Datenbank importiert. Und in der Postgres-Datenbank findet praktisch der größte Teil der Auswertung statt. Was ich hier übersprungen hatte, ist die Modellierung. Da gibt es auch verschiedene Tools, die man da benutzen kann. Also es gibt dieses Tool D-Biber, mit der man relativ schnell auch so ein physisches Datenmodell aus der vorhandenen Daten erstellt, sodass man sich da auch einen guten Überblick verschaffen kann. Und mit den grafischen Modellieren hat man natürlich auch schon eine Art Dokumentation darüber, was man so tut. Visualisiert werden die Daten letztlich, man kann wählen zwischen R-Visualisierung oder Excel-Visualisierung für die Statistik und Karten machen wieder mit Kugels. Also das Schöne an so einer API ist, dass man relativ schnell auch zu einem Tool kommen kann. Hier sehen wir zwei API-Requests, Beispiele von der Open Caching der API. Ich muss einmal kurz die Einerseits kann man mit den oberen Requests praktisch die Daten, die Cache-IDs abrufen, die von Geocaches, die um einen bestimmten Punkt gelegen sind. Und mit dem zweiten Request würde man das Ganze dann mit einem GPX-File herunterladen von von den Caches, die praktisch die API gefunden hat. Limitiert auf, glaube ich, 500 Caches. Das Ganze würde man dann in Python mit solchen Annotationen definieren. Welche Inputs brauche ich? So Processing, also die Beschreibung des Prozesses, Inputs und Outputs. Also wir brauchen praktisch den Punkt. Wir brauchen als Output, haben wir das GPX-File und wir brauchen den Radius. Falls Sie WPS4A kennen, das ist da ganz ähnlich und ich glaube, diese Annotationen-Kugels sind auch recht neu. Genau, im Python-Skript kann man sich dann ganz dynamisch so ein Request zusammenbasteln und in Action, die das Ganze dann so aus. Hoffentlich. Ja, genau. Also ich gebe dort ein Radius an, habe dort schon auf der Karte den Punkt geweht und dann sind die Daten dann auch schon da. Ja, prima. So, also das und viele andere haben wir auch ein öffentliches GitHub-Repository. Wenn Sie solche Sachen wiederverwenden können oder einfach mal ausprobieren, ausprobieren, ist eines online. Wir haben drei weitere solche Modelle, mit denen wir am Anfang eines automatisieren. Das erste ist praktisch der Import der Geocaching-Daten. Um den ganzen Datensatz auszuwerten, müssen wir praktisch die Datenbank als Ganzes herunterladen. Dann kommt so ein ZIP, also so ein komprimiertes Archiv drin mit Nauta-JSON, nicht Geo-JSON-Dateien, JSON-Dateien. Und diese JSON-Dateien müssen dann in ein Format gebracht werden, die Postgres versteht. Das heißt, wir haben da auch so einen Python-Parser für entwickelt, der das Ganze übersetzt. Und wenn man das dann in Postgres importiert mit dem Modell, dann sieht das Ergebnis so aus. Und dann würde man noch später in der Analyse eine kleine SQL-Anweisung ausführen, sodass man praktisch die Geocaches auf unserem Untersuchungsgebiet, den Dachlinienraum, beschränkt hat. Wobei wir die Maske als Maske, die wieder die statistischen Zonen für unsere ausgewählten Länder, also Deutschland, Österreich und Schweiz und Liechtenstein, wie gesagt, als Maske benutzen. Diese werden so mit diesem Modell importiert. Da sind da auch wieder verschiedene Schritte. Also wir bekommen erst mal per API die ganzen europäischen Polygone, also für ganz Europa und wählen dann anhand der Länderkürze Nord-D für den Dachlinienraum aus. Das macht der. Und dann wollen wir, also Naz-Regionen sind praktisch hierarchisch gegliedert. Man hat halt irgendwie Länderebene, dann hat man Gemeindeebene und Bundesländerebene. Und es gibt vier Hierarchiestufen etwa. Und die greifen wir im Prinzip über ein Batch Script ab, wobei wir da auch noch mal so ein bisschen verschiedene Auslösungen in dem Modell haben können. Und ja, so funktioniert das. Das ist dann genau. Das wäre dann das Formular für die Batch Execution des Ganzen. Und das Ergebnis sähe dann so aus. Das dritte Modell importiert praktisch als Raster, den Raster und würde das dann wieder zuschneiden anhand der Naz-Region, den Raster auf das Dachlinie-Gebiet. Und wenn das dann in PostGIS auch drin ist, dann hat man dann wieder ein Kugel das. Genau. Und wenn man eine Daten importiert kommt, geht eigentlich der ganze Spaß mit SQL los. Das würde ich Ihnen im Detail ersparen. Ergebnisse. Einige Ergebnisse. Es gibt viel, was man da rauskriegen kann. Und für die Studenten soll ja auch Raum für Kreativität bleiben. Recht interessant ist, dass man, wenn man so grobe Nutzungsklassen nimmt, dann sind Geocaches relativ gleich verteilt zwischen bebauten Gebieten, Agrargebieten und Waldgebieten. Von der Verteilung her und auch von der Anzahl der Besuche ist ganz interessant, ist das auch proportional mit der Aufteilung. Also es ist nicht so, dass jetzt bevorzugt irgendwie in städtischen Gebieten Geocaches mehr häufiger besucht werden oder so etwas, sondern mehr so anhand der Verfügbarkeit von Geocaches richtet sich das auch, wie oft die besucht werden. Das ist ganz interessant im Paper, wo man das im Porto gar ausgewertet wird, ist das ähnlich zu beobachten. Auch noch mal so ein Detail, so von den Landennutzungsklassen, so die häufigste Nutzungsklassen wären praktisch dieses hier bebaute Fläche, allerdings unterbrochene bebaute Fläche. Dann hat man praktisch verschiedene Waldgebiete als häufigste Klasse und ja, im Detail kann man das auch noch mal interaktiv hier mit R visualisieren. Das sieht man dann hier und ich hoffe, das Video geht ab. Das wäre dann Teil der Statistischen Visualisierung, dass man so ein Sunburst-Diagramm daraus generiert und dann auch ins Detail gehen kann, wie verteilen sich Geocaches auch in den verschiedenen Landennutzungsleveln. Genau. Auch Statistik kann man noch viel weiter in die Tiefe gehen. Also es gibt verschiedene Korrelationen. Die stärkste Koordination ist natürlich Bevölkerung. Sehr stark relativiert sich allerdings auch ein bisschen, wenn man dann Geocaches pro Kopf nimmt. Und da stellt man eigentlich fest, dass eigentlich mehr Geocaches pro Kopf gibt in dünn besiedelten Gebieten. Und man hat hier einige sehr dünn besiedelten Gebiete in hier Prignitz in Brandenburg, vielleicht so ein bisschen die Peripherie um Bayern. Und man hat praktisch in Tirol auch ein Gebiet, wo es wenig Menschen gibt, allerdings viele Caches. Visualisierung haben wir verschiedene. Hier sehen Sie dann auch regional diese Nats-Visualisierung, wo man dann verschiedene Schwerpunkte findet. Also man sieht dann hier auch nochmal die Aufteilung der nach Landennutzung-Kategorien pro Region. Hier sehen Sie Geocaches pro Einwohner auf praktisch Bundesländer, kantonaler Ebene und das Ganze praktisch auf Natz 2 und auf Natz 3. Da sieht man zum Beispiel dann auch wieder Prignitz in Brandenburg sehr aktiv und Kassel rum, Tirol und Flensburg. Heatmaps können wir auch. Und auch mal so experimentell haben wir angelegt diese Webmap auf ein Geonode-Portal. Das ist nicht, also wir haben das nicht direkt in der Anleitung drin, aber ergänzend dazu wird das Portal, das wir hoffentlich auch bald öffentlich haben. Das müsste hier auch ein kleines Video geben. Genau. Ja. Das wollte ich jetzt eigentlich vorspuren ein Stück, weiß aber nicht genau wie es geht. Na gut, drei Minuten haben wir, glaube ich, noch. Ja, genau. Also im Moment haben wir es, kommt dann nur noch die Ausbildfolie und dann sind wir schon fertig. Also hier sehen Sie dann auch nochmal so eine Heatmap. Man kann auch verschiedene Raster, also verschiedene näher reinlegen und bei diesem Geonode-Portal mit, glaube ich, Mapstore als Client, hat man dann auch diese tollen Witches, wo man zum Beispiel dann reinzoomt in die Karte und pro Kartenausschnitt sehen kann, wie viele Caches wurden gefunden, wie viele nicht gefunden, wie viele Caches wurden mindestens einmal, wie heißt das, empfohlen. und noch verschiedene andere Dinge. Also es ist ganz schön, dass man diese Analyse auch sehr schön online bringen kann. So, also zum Ausblick. Was ich hier präsentiere, ist eine Blaupause im Prinzip auch zum Umgang mit offenen Geodaten, zur Auswertung von Geocaches. Es ist relativ leicht, damit kreativ zu werden, weitere Datensätze reinzubringen. Diese OKP gibt es nicht noch für den europäischen, also für den deutschsprachigen Raum. Es gibt auch Schwesterportale von Open Caching, wo die OKP auch funktionieren müsste. Man kann den Bezug, wir haben ja jetzt den länderübergreifenden Bezug, man kann auch regionale Betrachtungen anschließen, man kann zeitliche Entwicklungen dann noch weitergehen. Man könnte dann noch mal gucken, warum sind bestimmte Caches sehr beliebt und welche Caches sind besonders beliebt. Also Ihre Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und Sie sind herzlich eingeladen, beim entdeckenden Lernen sich da selbst zu verwirklichen. Vielen Dank. Ja, dann sage ich an der Stelle vielen Dank für den Vortrag und gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir haben auf jeden Fall noch Zeit für einige Fragen. Ja, da hinten sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Wenn keiner konkret fragt, vielleicht noch eine etwas weitergespanntere Frage. Würdest du sagen, dass eure Videos, eure Lehrvideos geeignet sind für Anfänger, die vielleicht mal in OpenStreetMap mal ein bisschen gemappt haben, aber ansonsten keine Geoinformationskenntnisse haben, dass ihr quasi fast bei null anfangt oder braucht man da schon ein gewisses Niveau? Ich glaube, Grundkenntnisse in Computerwissenschaften sind schon angebracht, also so wirklich, dass man ein bisschen mit den Computern umgehen kann. Allerdings fangen wir auch mit Basis, also wir haben auch leichtere Übungen drin, wir haben auch Grundlagenvorlesungen drin, also nicht nur das, was Sie hier sehen, das ist extra für Fortgeschrittene, aber in unserer Lernplattform haben wir ein breites Angebot auch mit detaillierten Klick-für-Klick-Anleitungen. Gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum? Und das Projekt steht auch anderen Universitäten offen zur Partizipation, also dass man da vielleicht irgendwie sich sozusagen dieser Lernplattform anschließen kann mit eigenen Inhalten oder wie wäre dann eine Partizipation möglich? Also Partizipation, also wenn Sie wirklich etwas beitragen möchten, irgendwie Inhalte haben, die Sie gerne auf unsere Plattformen bringen wollen, dann am besten schicken Sie uns meine E-Mail an mich oder Herrn Professor Bill, um dann in engeren Kontakt zu kommen. Wir haben allerdings zum Beispiel für die Lernplattform einfach ein GitHub-Repo, wo man vielleicht auch mal einen Pull-Request so mit Markdown-Dokumenten hat. Und allgemein ist es bei uns so, wir haben alles unter offenen Lizenzen, auch öffentlich verfügbar und wünschen uns Partizipation. Ach Mist. Ja, Sie wissen, was ich meine. Ja, vielen Dank. Ich sehe erstmal keine weiteren Fragen aus dem Publikum, von daher ich habe noch eine. Ich habe mich etwas darüber gewundert, dass bei der Auswertung dann doch eher auf R und auf Microsoft zurückgegriffen wird. Wieso haben Sie sich an der Stelle gegen Python entschieden? Weil ansonsten ist ja der Workshop recht Python-lastig. Gute Frage. Also weil man sich erstmal für etwas entscheiden muss. Und wir haben im Institut jetzt die eher Expertise da und es war recht naheliegend, also auch für Statistik diese Statistikumgebung zu nehmen. Wir haben jetzt Python vor allen Dingen für Processing benutzt, eher dann für die Statistik. Es ist allerdings total möglich, das zu erweitern und auch zu übertragen. Ich glaube, das war es dann soweit an Fragen, wenn ich das so richtig sehe. Von daher würde ich sagen, nochmal einen kräftigen Applaus und dann geht es in fünf Minuten mit dem nächsten Vortrag weiter. Applaus the 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 Vielen Dank.